Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Daily, Folge mit der Nummer 987. Heute aber nicht in einer normalen Daily-Folge, sondern wieder mal mit einem, ja, ich würde nicht gerade sagen Breaking News, aber doch heute vorgestellt. Microsoft hat ein neues Surface Laptop mit der Nummer Version 4 vorgestellt. Was ist das Ganze? Ihr bekommt eigentlich das, was ihr vorher schon hattet, ein Surface Laptop 3. Von der Optik her, von der Grösse her, vom Gewicht her und auch sonst von den ganzen Specs, die man so kannte, in etwa das Gleiche. Ihr bekommt aber deutlich mehr Strom damit drin, also mehr Akkuleistung, weil jetzt Intel der Prozessoren der 11. Generation mit drin verbaut sind oder wahlweise von AMD die Ryzen 5 oder 7. Anführungs-Schlusszeichen die älteren Modelle, Anführungs-Schlusszeichen zu. Oder, ja. Und das Ganze bekommt ihr auch noch für günstiger Geld, wo ihr früher, also früher im letzten Jahr noch für die grösste Ausstattung, also ein Intel Core i7 mit 16 GB RAM und 512 GB SSD, knapp um die 2.200 Währungseinheiten bezahlt habt, bekommt ihr das Ganze jetzt schon ab 1849. Das heisst, ihr bekommt ein gutes Gerät mit toller Ausrüstung für günstiger Geld aus dem Hause Microsoft. Wer möchte das nicht? Doch was ist dann sonst neu in diesem Surface Laptop 4? Zum einen ist es das Audioerlebnis, denn neu habt ihr in Dolby Atmos Speaker drin verbaut. Und wer bis aktuell noch, also bis zum 26. April vorbestellt, ab dem 27. April kommen die Geräte dann in den Markt, der bekommt noch die Surface Earbuds gratis mit obendrauf. Ob das auch für die Schweiz gilt oder nur für Deutschland, kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe auch noch keine Schweizer Preise bekommen, leider. Mal schauen, ob die Nächsten dann noch eintrudeln werden, dann werde ich sie in den Shownotes auf daily.geektalk.ch natürlich ergänzen. Ansonsten klingt es nach einem spannenden neuen Produkt und darüber werde ich mich sicherlich auch in der aktuellen News-Folge vom Geek Talk, dem grossen Mutter-Format, dieses Podcasts mit dem Mike unterhalten, weil ich könnte mir vorstellen, dass er da zugreifen wird. Was sich auch noch geändert hat, das ist nur ein kleiner Spoiler, ob es dann zutrifft oder nicht, werde ich, wie gesagt, in der News-Folge hören. Microsoft hat auch an der Kamera rumgeschraubt. Es ist zwar immer noch eine 720-Pixel-Webcam mit Windows-Hello-Integration, aber man hat hier softwareseitig ein bisschen rumgeschraubt, wie man es schon bei den Apple M1-Rechnungen gesehen hat, hat hier die Software noch ein bisschen was rausholen können. Es soll besser funktionieren bei schwierigeren Lichtverhältnissen. Das ist aktuell sicherlich nicht verkehrt mit Homeoffice und es hat nicht jeder Beleuchtung und weiss ich was alles da für Schule, für Ausbildung, für Business etc. Das muss halt auch die Kamera ein bisschen richten. Natürlich gibt es auch Surface-Pen-Unterstützung und was haben wir noch mit dabei? Nichts, was ich jetzt auf die Schnelle sehen würde. USB-A und USB-C-Anschluss, jeweils ein davon und 3,5 mm Klinkenstecker. Wer das braucht, sicherlich ein wichtiger Input. Und ja, das war es mit den Neuigkeiten zum Surface Laptop 4. Microsoft hat gleichzeitig auch noch ein paar andere Produkte rausgehauen. Das Surface Headphone 2 Plus ist ein Business Headset mit Microsoft Teams Zertifizierung. Man hat auch ein Modern USB und Wireless Headset rausgebracht, sowie ein Modern USB-C, genau, USB-C Speaker und eine Microsoft Modern Webcam. Bei Microsoft ist aktuell alles ein bisschen modern, wie es scheint. Finde ich gut, bin gespannt darauf. Ja, mehr Details ziemlich sicher in der aktuellen Woche dann im Geek Talk News Format. Das war es jetzt in schnell eben für, gerade weil es aktuell ist. Euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Und wenn ihr mögt, bis morgen wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.